Herzlich willkommen hier ist für meine Folge auf dem Marsch. Wir fahren jetzt aktuell Weizen ab, wir lassen fahren und wir werden hier gleich mal wieder zum Feld auf Nummer 12 und auch die, ja, häusame, den Rest. Und das denn hier, die Ernte läuft mit Augenreif, klappt eigentlich ganz gut. Also ich musste nur eben eingreifen, weil er keine Ziel gefunden hat. Und kurz davor, das OB ist abgestürzt, muss sich leider hier zerbrechen. Aber jetzt geht es weiter. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns, machen wir da noch ein Pixel. Wir werden hier alles hier nachsammeln, das ist zu viel. Aber wir werden einfach mal hier langfahren. Ich werde hier nächstes mal auch andere Maschinen nehmen und beim Mähen oder einfach nur schwatten. Und sie auch fast gar nicht, aber wie gesagt, das sind ein paar Wahlen, ne? Machen wir mal die Innereinsicht, ne? Das sieht besser aus. Realistischer. Ich mach mal die Wahlen gleich mit. Na, viele Häuser, da wird ich nicht bei. Das lohnt sich nicht wirklich. Das ist rechts. Dann lass ich jetzt automatisch fahren. Guck mal links, ne? Da muss ich ein bisschen texten. Abwohl, abgeschüttet. Abwohl, abgeschüttet. Hauptsache, wenn die auch irgendwo rauf, ne? Und da könnte man auch nicht Stroh pressen. Na ja, gut. Da wird die Maus nicht weg. Dann machen wir es so. Oder so. Ne, geht auch nicht. Gut. Rechtsklick. Ne. Gut, ich weiß Bescheid. Wieso macht er so einen Kurs mit Auge? Das muss man irgendwie deaktivieren. Das klappt ja eigentlich ganz gut. Aber nur bei gewissen Sachen noch nicht. Das ist schon komisch. So. Schauen wir mal mit. Hier werden wir auf jeden Fall schwatten. Dann haben wir einen Kurs. Was für Rudel machen. Dann müsste ich speichern. Die Kurse. Ich muss die Kurse speichern. Dann können wir das mit Ballenpressen entsprechend auch machen. So. Das können wir also so machen. Dreht aus. Zwei. Dröscher. 13,5. Ich habe nur die großen. Das ist irreführend. 442. Freizeit würde ich machen. Das geht deswegen auch wenn wir zum Beispiel den Spiegel speichern. Dann ist der Kurs erhalten. Sonst geht der nämlich weg. Dann müssen wir ihn improvisieren. So. Wir speichern. So. Wieso fällt der andere jetzt nicht hoch? Du bist voll. Oh mein Kopf. Was ist da jetzt eingestellt? Das ist eigentlich auch nicht fair. Du bist doch voll. Das ist ja anfahren. Du Korpel. Du bist voll. Das ist ja anfahren. Das ist ja anfahren. Das ist ja anfahren. Du bist doch. jetzt muss ich ein bisschen warten mit er doch nachverkamen oder sie nun vor wo sie sich hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Truchtumfahrung, ja. Nein. Hier kriegt man deutlich, dass er auf 44 auf Hochsilo umfalten soll. Äh, zum zweiten Mal, okay. Jetzt muss ich aber zum Hof gehen. Da können wir nicht einsteigen, ne. Aber, die müssen wir hier. Oh, sind die anderen Fahrzeuge. Ich mach eine Kühle. Kontrolle. In der, klar. Milchhof. Da haben sie genug. Ja, das reicht noch für heute. Schweinestahl. Oh, die haben ein Abo gekriegt. Aber heute werden wir es auch noch schaffen. So, wo sind die anderen Fahrzeuge alle? Da ist der eine. Das ist auch gut. Ja, Park an ihrer Straße. Die Probleme. Gut, dass ich mal bei gefahren bin. Okay. Jetzt muss ich mal sehen. Den Lkw, den anderen Lkw finden. Damit die Heubahn anfangen können. So, Heubahn. So, Lkw, wirst du? Dann machen wir es anders. Nie ausgemacht. Das ist der hier. Wir müssen Heu fahren. Heu. 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 Da düngen können. Na, Autoreift, das klappt noch nicht hundertprozentig. Aber zu 90%. So liebens aber, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage mal tschüss. Und tschüss, tschau, tschau. Einen schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich lasse hier noch mal wieder. Tschüss.